Heute wollen wir dir alles rund um die Zusammenfassung von Heimsuchung von Jenny Erpenbeck erzählen. Dabei ist das ganze Video wie immer ein Teil von einem großen Video. Das ist jetzt in der Infokarte verlinkt und falls du es schon gesehen hast, dann ist das lediglich eine Wiederholung für dich. Also vielleicht ist es besser wegzuschalten. Sei auf jeden Fall nicht enttäuscht, wenn hier keine neuen Informationen kommen. Ansonsten, wenn du das Video noch gar nicht kennst, wünschen wir dir jetzt ganz viel Spaß beim Video und beim Schauen. Wollen wir euch den Roman einmal zusammenpassen. Ganz klar ist, dass der Roman Heimsuchung von Jenny Erpenbeck davon handelt, dass wir uns die Geschichte Deutschlands innerhalb von verschiedenen Abschnitten, insgesamt fünf Abschnitten, angucken und diese Geschichte dann anhand verschiedener Charaktere verstehen. Im ersten Abschnitt, der 1912 beginnt, wird die Geschichte einer jüdischen Familie im Vorfeld des Ersten Weltkriegs erzählt. Wir müssen aufgrund der antisemitischen Vorurteilen und Verfolgung fliehen und ihr Haus wird von anderen Menschen übernommen. Das heißt, das Schicksal der Menschen, die in diesem Land einen jüdischen Hintergrund hatten, wird hier aufgerollt. Man versucht sich so ein bisschen hineinzuversetzen in die Lage der Personen, die damals verfolgt wurden und große, große Folgen zu fürchten hatten und das im Vorfeld des Ersten Weltkriegs. Das heißt, hier wird erstmals klar, dass das eine Konsequenz für Menschen hatte, auch schon bevor die Kriege angefangen haben. Und dann ist klar, dass wir auch den Zweiten Weltkrieg beleuchten, denn dieser gehört natürlich auch zur Geschichte Deutschlands dazu. Und so macht Jenny Erpenbeck das auch mit dem zweiten Abschnitt, der dann im Jahr 1945 spielt, also in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Diesmal ist es das Haus einer deutschen Familie, die den Krieg überlebt hat. Die Ereignisse des Krieges und die Nachkriegszeit haben dann einen tiefen Einfluss auf ihr Leben. Das heißt, gerade das, was zum Kriegsende hin passiert ist und sozusagen die psychologischen Folgen sind hier sehr sichtbar. Es geht also darum, wie diese Personen das Ganze erleben, wie die Personen untereinander sich verhalten und welche externen Faktoren dann auf diese Personen dann wirken. Also ganz verschiedene Einblicke, die hier auf die Familie vorzufinden sind und das eben im Jahr 1945, in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Dann gibt es den dritten Abschnitt, der 1952 beginnt. Der konzentriert sich diesmal auf die Zeit der DDR und den sozialistischen Wandel, den wir in diesem Zusammenhang fortfinden können. Die Familie, die das Haus jetzt besitzt, wird von politischen Veränderungen und Konflikten beeinflusst. Also man sieht, man hat hier einen starken Fokus auf die Krisenzeiten gesetzt und immer den Einfluss auf die Menschen, die in dem jeweiligen Zeitraum dann leben, also in der jeweiligen Epoche, das Ganze auch erleben. Und hier geht es jetzt um einen weiteren Abschnitt. Der Krieg ist vorbei und jetzt kommt es eben zum sozialistischen Wandel. Wir haben eher in Richtung des Linksextremismus, also mit der DDR, dann einen ganz anderen Wandel, ein ganz anderes System, was hier propagiert wird. Und so haben wir hier eine Familie, die dann diese ganz anderen Einflüsse hat. Im vierten Abschnitt, der 1961 dann ansetzt, haben wir dann letztendlich die Vollendung dieses sozialistischen Gedankens, also die Geschichte, den Bau der Berliner Mauer und die Folgen für die Menschen in Ost und West beleuchtet. Das Haus steht an der Grenze zwischen den beiden Teilen Deutschlands und wird zu einem symbolischen Ort für die Trennung und das Leid der Menschen. Also hier nochmal ganz klar zu machen, das Haus, was eben am Müggesee da vorzufinden ist, also ein Haus, was in Brandenburg ist, in der Nähe von Berlin, hat also eine ganz große Bedeutung, ein symbolischer Ort für die Trennung von zwei Teilen in Deutschland. Und man sieht dadurch, dass zunächst eine Einheit, nämlich Deutschland, jetzt auf einmal in zwei Teile, Ost und West, aufgeteilt wird, dass das ganz viel Leid für die Menschen bringen kann. Und das praktisch an einem Ort, der, wenn wir das jetzt wieder mit dem ersten und zweiten Abschnitt und auch dem dritten Abschnitt zusammenfassen oder vergleichen, dass da natürlich vorher schon enorm viel Leid vorzufinden war. Und das setzt sich jetzt fort. Also kaum überraschend, dass wir hier einen symbolischen Ort für die Trennung und das Leid der Menschen haben, an einem Ort, wo vorher auch schon ganz viel Leid vorzufinden war, eben mit den Konsequenzen des Ersten und Zweiten Weltkriegs und den danach wiederbeginnenden Wiederaufbaumaßnahmen. Und der fünfte Abschnitt, der macht jetzt nochmal einen deutlichen Zeitsprung. Wir sind jetzt insgesamt vier Dekaden später. Also 2001 haben wir einen Anfang des fünften Abschnitts. Und dieser beschreibt die Zeit nach dem Fall der Berliner Mauer und den Prozess der Wiedervereinigung. Das heißt, es erscheint erstmal so, als sei die große Krise jetzt final überwunden. Und dann nachdem der Erste und der Zweite Weltkrieg vorüber ist, ist jetzt auch die Zeit der Trennung zwischen Ost und West vorüber. Es kommt zur Wiedervereinigung. Das Haus steht nicht mehr an der Grenze, sondern an einem Ort, wo wir eine Wiedervereinigung haben. Und das Haus steht aber jetzt leer und verfällt. Die Geschichte endet also damit, dass eine Architektin das Haus wiederbeleben will. Und das Ganze ist ein bisschen spannend, weil letztendlich hier nochmal das Motiv des Hauses ganz klar wird, was diese verschiedenen Wandel durchlebt hat. Und dann mit einer Architektin endet, die versucht, dieses Haus wieder neu aufbauen zu wollen. Das Ende ist letztendlich offen. Dieser Wiederaufbau ist nicht klar, ob der gelingt. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass diese Krisen natürlich das Haus enorm verwundet haben. Letztendlich dazu geführt haben, dass kein Mensch mehr in diesem Haus leben möchte. Und das ist ein ganz typisches Motiv, was hier nochmal am Ende eine sehr interessante Fragestellung aufwirft. Nämlich inwiefern dieses Land, also Deutschland, überhaupt wieder aufgebaut werden kann. Und wie viel da auch nötig ist. Also, dass hier sehr viele Brüche infolge der zahlreichen Krisen stattgefunden haben. Und das wird natürlich insbesondere in der Region, dort, wo wir Ost- und Westtrennung hatten, in Brandenburg, sehr sichtbar. Und das mit dem Motiv des Hauses, der ist hier im Roman von Jenny Erpenbeck dargestellt. Und hier seht ihr einmal eine kurze Werbepause. Denn auch wir müssen uns irgendwie finanzieren. Und das machen wir, indem wir euch Super-Lernhilfen an die Hand geben. Das heißt, ihr seht es hier rechts einmal Jenny Erpenbeck. Heimsuchung von uns einmal für euch verfasst. Eine komplette Lernhilfe mit allem, was man wirklich wissen muss. Und da bekommt ihr sogar jetzt noch 25% auf den ersten Einkauf. Und auf unserer Webseite Abitur25 gibt es mit diesem Code dann 25%. Und falls ihr sogar sagt, ey, ich will mich auf das gesamte Abitur vorbereiten. Und so viel, was ich da lernen möchte, habe ich. Deswegen gucke ich mir direkt dieses Gesamtpaket an. Abitur in Deutsch haben wir auch für euch verfasst. Mit allen relevanten Themen, die für die kommenden Jahre im Abitur relevant sein werden. Da könnt ihr euch dann auch natürlich nochmal das Wichtigste rauspicken, was ihr nochmal wiederholen wollt. Oder ihr sagt einfach, okay, ich bin so motiviert. Ich mache das alles nochmal durch. Alles, das könnt ihr jetzt in der Videobeschreibung machen. Erster Link in der Videobeschreibung. Checkt es aus. Abitur 25. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. Und in diesem Zusammenhang wollen wir euch natürlich auch Protagonisten charakterisieren. Diese haben wir auch nach den fünf Abschnitten einmal wieder eingeteilt. Der erste Abschnitt spielt eben kurz nach 1900 bis 1912. Und dort ist die Familie Paulsen. Das sind die Protagonisten, die im ersten Kapitel und in den folgenden Abschnitten eingeführt werden. Und die das Haus als Sommerresidenz nutzen. Also das Haus, was in Brandenburg steht. Was die zentrale Bedeutung hat. Das Ehepaar Paulsen und ihre Tochter Clara sind dabei wohlhabend. Und genießen die Sommerfrische und sind sehr erfreut über das Haus, was sie haben. Aber Clara ist ein ganz junges Mädchen, das letztendlich von der Welt außerhalb des Hauses fasziniert ist. Und von einem Leben in der Stadt träumt. Also auch die Wünsche von jungen Menschen werden hier angesprochen. Aber wie wir ja alle wissen, kommt dann kurz danach der erste und zweite Weltkrieg. Die Familie repräsentiert zwar noch den Wohlstand und die Unbeschwertheit der gehobenen Mittelschicht zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Aber diese Familie muss auch fortziehen. Wir wissen alle, dass der Antisemitismus dann ansteigt. Und hier werden verschiedene typische Motive für diese Zeit dargestellt. Einerseits Antisemitismus, ein großes Problem, was auch schon vor dem Ersten Weltkrieg ein Problem eingenommen hat. Dann haben wir ein weiteres Problem oder einen weiteren Gedanken, der hier dargestellt wird. Nämlich, dass es den Menschen häufig sehr gut ging. Gerade in der gehobenen Mittelschicht man sich weniger Gedanken machen musste, wenn man wohlhabend war. Und sogar sich eine Sommerresidenz leisten kann. Das ist ein weiterer Teil, der zu dieser Zeit sehr interessant ist. Und das wird dann tatsächlich im Gegensatz dazu dargestellt, wie es anderen Menschen in der Stadt dann auch geht. Und das eben verkörpert durch Clara, die ein ganz junges Mädchen ist, die die Träume noch hat. Und diese Träume werden ihr natürlich zerstört. Die werden ihr genommen, dadurch, dass sie dann in den Krieg ziehen muss. Beziehungsweise, dass alles um sie herum zerfällt. Sie selbst zwar nicht eingezogen wird, aber dass ihr ihre Jungen genommen wird. Die Familie Deutsch im zweiten Abschnitt wird dann vom jüdischen Familie Deutsch bewohnt, die vor den Nazis aus Berlin geflohen ist. Das Ehepaar Otto und Ruth Deutsch. Und ihre Kinder kommen dann im Haus am See an und müssen sich an ein Leben im Exil gewöhnen. Die Familie Deutsch steht für die Verfolgung und Entwurzelung der jüdischen Bevölkerung während des Holocaust. Also ein großes Problem, was natürlich dann bis zu den letzten Tagen im Krieg hält. Und das ist im zweiten Abschnitt, also 1938 bis 1945, wenn man ihn so einteilen möchte, eine ganz interessante Entwicklung, die hier stattfindet. Also vom ersten Abschnitt noch der Einblick vor dem Krieg bis hin dann mitten im Zweiten Weltkrieg inzwischen. Und man versteht erstmal, welche starken Auswirkungen hier für die einzelnen Personen nochmal sich dann entwickeln. Und ganz interessant ist das, weil Jenny Erpenbeck hier versucht, tatsächlich charakteristisch ganz präzise zu arbeiten, damit der Leser sich auch wirklich reinversetzen kann in diese verschiedenen Perspektiven. Und hier im zweiten Abschnitt dann natürlich in dieses große Leid, was dort durch die Nazis dann letztendlich auf die Familie und natürlich auf die gesamte jüdische Bevölkerung ausgeübt wurde. Natürlich auch auf weitere, die nicht unbedingt in Deutschland gelebt haben, sondern natürlich auch überfallen wurden. Das wisst ihr sicherlich aus dem Unterricht. Ansonsten schaut euch dazu gerne nochmal Videos in Thema Geschichte an. Der dritte Abschnitt beginnt dann kurz nach dem Krieg 1945 bis 1952. Und dort zieht dann die russische Offiziersfamilie beim Haus ein. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird das Haus dann von einer russischen Offiziersfamilie besetzt. Also letztendlich den Besetzern, die daran beteiligt waren, dass Deutschland den Krieg verloren hat. Die russische Familie, bestehend aus dem Offizier und seiner Frau, repräsentieren dadurch die sowjetische Besatzung Deutschlands und die Veränderung, die diese Familiezeit mit sich brachte. Also man geht jetzt dazu über, man weiß aus den ersten beiden Abschnitten, die jüdischen Familien sind geflohen oder sogar teilweise gestorben. Und diese beiden Familien, die hier charakterisiert werden, scheinen es geschafft zu haben, zumindest im Exil zu leben. Die russischen Offiziersfamilien kommen jetzt in das Land und diese stehen dann, und das wird ganz klar charakterisiert, natürlich auch für einen Wandel in der Gesellschaft, ein anderes Gedankengut, sozialistischeres Gedankengut, für eine Zwangskollektivierung der Bauern, was das Leben der einheimischen Bevölkerung drastisch verändert. Wir sehen einen totalen Verfall von dem, was ursprünglich in diesem ersten Abschnitt beschrieben wird, eine Idylle praktisch bis hin jetzt nach Kriegszeit. Alles wurde zerstört im Krieg und nun kommt ein neues System. Alles muss erstmal wieder aufgebaut werden. Alles liegt im Trümmern und man hat drastische Einschränkungen hinzunehmen, wenn überhaupt ein Leben hier in irgendeiner Art und Weise zu gestalten. Im vierten Abschnitt sieht das dann ganz anders aus. Die Schriftstellerin und ihr Mann wird nämlich dann das Haus von einer Schriftstellerin und ihrem Mann bewohnt, die sich mit der Geschichte des Hauses und seiner vorherigen Bewohner auseinandersetzen. Die Schriftstellerin versucht, die Vergangenheit des Hauses und seiner ehemaligen Bewohner zu rekonstruieren. Dabei stößt sie auf zahlreiche Geheimnisse und tragische Geschichten, die natürlich eng damit verknüpft sind, was man vorher alles festgestellt hat. Dieses Kapitel thematisiert daher die Suche nach Identität und die Bedeutung der Geschichte. Also hier wird ganz klar dargestellt, dass das Kapitel tragische Geschichten nochmal mehr zum Expliziten hervorbringt. Vorher war natürlich immer auch die Aufgabe des Lesers, implizit zu verstehen, wieso bestimmte Dinge überhaupt so schlimm sind und inwiefern diese die Personen dann beeinflusst haben. Und jetzt im vierten Abschnitt, den wir jetzt hier haben, ist es so, dass wir erstmals einen expliziten Umgang damit haben, das implizite, insexplizite geholt wird. Und hier das Ziel jetzt ist, sich intensiv damit auseinanderzusetzen und insbesondere mit dem Fall der Berliner Mauer sich dann zu beschäftigen. Und daher haben wir jetzt hier erstmal einen eher reflektorischen Ansatz, der mit natürlich hier der Schriftsteller und ihrem Mann auch dargestellt wird, also intellektuellen Personen, die sich eher aus der Metaperspektive damit beschäftigen. Und der Makler und seine Familie bzw. Architektin sind im letzten Abschnitt des Romans dann von einem Haus, einem Wandel des Hauses erneut durchleben, der einen Immobilienmakler und seine Familie renoviert und verkauft. Mit anschließend einer Architektin, die das dann ja alles nochmal neu aufbauen will. Und die Familie des Maklers ist stellvertretend für die Gegenwart. Wir sehen auch, inzwischen sind wir im fünften Abschnitt 2000 bis 2001 und 2, also die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts, die dann für die Veränderung in Deutschland zu Beginn des 21. Jahrhunderts steht. Dass jetzt der Wiederaufbau erstmal geklappt hat, dass die Vereinigung zwischen Ost und West stattgefunden hat und jetzt ein ganz neues Kapitel in ganz Europa, aber insbesondere in Deutschland, ansteht. Und an sich erstmal von diesen ganzen vorherigen, vorangegangenen Abschnitten erholen muss. Und es zeigt natürlich auch die Komplexität auf, die in diesem Thema dann thematisiert wird. Und diese sind damit konfrontiert, wie die Vergangenheit in der Gegenwart weiterlebt und wie die Geschichte die Menschen und Orte prägt. Und das sieht man natürlich ganz klar an diesem starken Symbol des Hauses, was hier natürlich eine große Rolle spielt. Und insofern kaum verwunderlich, wie die Vergangenheit dann letztendlich auch die Gegenwart prägt, weil wir hier ja ein enormes Motiv haben, was sich letztendlich über 100 Jahre hinweg entwickelt hat und so auch wenig verwunderlich dann den Makler und seine Familie prägt beziehungsweise letztendlich auch die Architektin inspiriert, die dann das Haus neu renovieren möchte, dieses leerstehende Haus wieder mit neuem Leben füllen möchte, weiterleben möchte und die Geschichte nicht unbedingt vergessen machen möchte, aber ein neues, positives Kapitel, erstmals positives Kapitel hinzufügen. Und abschließend wollen wir euch noch Jenny Erpenbeck darstellen. Hier seht ihr nur ein Beispielfoto. Das ist nicht Jenny Erpenbeck selbst. Das ist lediglich ein Beispielfoto. Falls ihr ein genaues Foto sehen wollt, könnt ihr es gerne selbst googeln. Wir haben da leider nicht die Rechte für. Jenny Erpenbeck ist eine renommierte deutsche Schriftstellerin und Regisseurin. Dabei ist direkt von Anfang an erwähnt, sie hat so vieles gemacht. Wir haben jetzt hier insbesondere die Tätigkeiten herausgestellt, für die sie bekannt ist und das in Schriftstellerei und eben im Film zu arbeiten. Sie wurde dabei am 12. März 1967 in Ostberlin in der DDR geboren. Er hat also die entsprechenden Eindrücke auch selbst teilweise miterlebt, die sie dann in ihrem Buch Heimsuchung ja unter anderem verarbeitet. Und ihr internationaler Durchbruch kam tatsächlich auch mit dem Roman Heimsuchung, der 2008 erschienen ist, der auch in verschiedenen Sprachen übersetzt wurde und sie auch außerhalb Deutschlands bekannt macht. Die Werke von Jenny Erpenbeck sind dabei bekannt für ihre komplexe Erzählweise und tiefgründige Betrachtung historischer und sozialer Themen. Sie hat Romane, Erzählungen, Essays veröffentlicht, die oft auf Themen wie Geschichte, Identität, Migration und auch menschliche Schicksale eingehen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wir haben uns insbesondere den Roman Heimsuchung angeguckt, da finden wir letztendlich all diese typischen Motive wieder, die Jenny Erpenbeck auch behandelt hat. Also genau, dass wir hier eine komplexe Erzählweise haben, tiefgründige Betrachtung, ein Schichtensystem mit mehreren verschiedenen Dekaden, die mit einer Erzählerperspektive dargestellt werden. Und natürlich den sozialen Hintergrund, der ist omnipräsent in diesen Romanen. Wir haben eine permanente Erzählung der Geschichte, der historischen komplexen Hintergründe und natürlich die Identität und Migration, die mal damit eng verknüpft ist. Menschliche Schicksale sind hier ein ganz wichtiges Thema für Jenny Erpenbeck, insbesondere wenn wir uns das einmal angucken. Der erste Abschnitt beispielsweise mit der jüdischen Familie, die hier natürlich stark betroffen ist von den Einflüssen der Nazis beziehungsweise vorher dann noch vom Antisemitismus, vom Ersten Weltkrieg. All das sind wichtige Arbeiten, die sie hier verrichtet beziehungsweise erläutert. Der Sprachgebrauch in Erpenbecks Werken ist oft von Präzision, Tiefe und poetischer Sprachkunst geprägt. Deswegen vielleicht manchmal auch nicht so einfach zu lesen. Sie vermag es dabei komplexe Gedanken und Emotionen auf eindrucksvolle Weise auszurücken und schafft es den Leser tief in die Geschichten und Charaktere ihrer Romane eintauchen zu lassen. Und daran seht ihr es, wie stark und wie weit Jenny Erpenbeck hier tatsächlich arbeitet, wie viel sie da einbezieht. Jenny Erpenbeck ist nicht nur eine erfolgreiche Schriftstellerin, und wir hatten das gerade schon erwähnt, sondern auch eine anerkannte Regisseurin. Sie hat zudem auch Theaterstärke inszeniert und sich sowohl in der Literatur als auch im Theater einen Namen gemacht. Das heißt, wir sehen, sie ist sehr vielfältig und das zeigt auch, wie komplex sie als Person letztendlich ist, beziehungsweise wie herausragend sie arbeitet, unter anderem ja auch mit dem Thomas-Mann-Preis ausgezeichnet. Eine der höchsten Auszeichnungen, die man in der Literatur erreichen kann. Also hier seht ihr auf jeden Fall, dass einiges an Talent vorhanden ist und so kaum ein Wunder, dass Jenny Erpenbeck da dann auch einiges schafft. Und damit möchten wir uns bedanken. Hoffen, dass ihr einiges lernen konntet. Und hier seht ihr nochmal unsere Produkte für euer Abitur. Spart jetzt 25% auf den ersten Einkauf mit dem Code ABITUR25. Wie ihr seht, Abitur in Deutsch ist für euch vorhanden. Jenny Erpenbeck Heimsuchen natürlich auch vorhanden. All das jetzt. Erster Link in der Videobeschreibung und dann freuen wir uns, euch ganz bald wiederzusehen. Also haut rein und ciao. Ciao. Ciao.